Ihr wollt alles über die Physiologie des Ohrs erfahren und damit natürlich auch wissen, was der Frequenzbereich ist, den ein Mensch überhaupt hören kann? Das ist kein Problem, wir erklären es euch heute hier bei Selbstorientiert. Und bevor das Video jetzt losgeht, seht ihr hier einmal eine Kapitelübersicht über alle Themen, die wir heute behandeln werden. Und jetzt gibt es nochmal eine kleine Erinnerung für euch, denn unser Kurs ist jetzt für euch verfügbar. Das heißt, der gesamte Kurs rund um das Ohr mit allen relevanten Informationen, die wir unter anderem auch in diesem Video natürlich abdecken, ist jetzt als Kurs verfügbar mit Texten, Zusammenfassung und vor allen Dingen auch Teilkarten zum Üben direkt für euch auf die nächste Prüfung vorbereitet. Und natürlich gibt es 20% mit dem Code WELCOME, bekommt ihr 20% auf alles. Ansonsten checkt auch gerne unser Abo aus, das ist nämlich jetzt verfügbar mit allen Kursen, die wir jemals veröffentlicht haben, rund um Anatomie, Physiologie, aber natürlich auch Biochemie. Das heißt, alles, was ihr braucht, gibt es auch dort. In der Videobeschreibung verlinkt ein bisschen Werbung in eigener Sachen und jetzt startet das Video. Gucken wir uns nun die Physiologie des Gehörs an, die Physiologie des Ohrs und diese ist natürlich durchaus komplex, aber ermöglicht eben eine Verbindung des Außenohrs und des Mittelohrs. Das heißt, hier ist es erstmal so, dass die anatomisch eigenständigen Bereiche tatsächlich ineinander übergehen beziehungsweise miteinander zusammenarbeiten und das ist eben ganz wichtig für die Physiologie des Ohrs, diesen Prozess zu verstehen, dass wir hier eben eine Verknüpfung dieser beiden Einheiten haben. Das Außenohr und das Mittelohr leiten dabei oder übertragen die Schallwellen dabei zum Innenohr, sodass, wenn sie eine Pathologie aufweisen, eine Übertragung oder ein Leitungshypercuses dann entsprechend vorliegt. Das heißt, hier ist es natürlich ganz klar, dass durch die verschiedenen Ausfälle die Physiologie auch einen Ausschluss darüber gibt, wo entsprechend dieser Ausfall gibt. Es gibt ja auch verschiedene Tests, die es entsprechend ermöglichen, zwischen Außenohr und Mittelohr dann zu unterscheiden und entsprechend auch klar zu machen, wo entsprechend diese verschiedenen Möglichkeiten bestehen, wo entsprechend diese verschiedenen schweren Hörschädigungen dann entsprechend entstehen. Zusätzlich zur Leitung des Schallreizes gibt es dann natürlich weitere Verstärker, die dann unter anderem 10 bis 15 Dezibel oder dann sogar im Fall des äußeren Gehörgangs dann eine größere Betonung dann ermöglichen. Das heißt, hier ist es entsprechend möglich, durch die Physiologie des Gehörs entsprechend die Leitung des Schallreizes zu verstärken, um letztendlich bis zu 30 Dezibel und zwar durch zwei zentrale Mechanismen, den Oberflächenunterschied zwischen dem Trommelfell und dann natürlich auch Trommelfell und ovalen Fenster und durch die Hebelverhältnisse zwischen Gehörknöchelkette und dann entsprechend des Trommelfells. Der hohe Frequenzen vibrieren dabei bei der Vasilarmembran, der basalen Cochlea-Schleife, der Cochlea und niedrige Frequenzen vibrieren dabei nahe des Helikotremers. Das ist natürlich ein ganz wichtiger physiologischer Prozess. Das heißt, hier sollte man sich definitiv merken, wo die verschiedenen Frequenzen letztendlich auch dargestellt werden, einfach um bestimmte Pathologien dann klar erklären zu können. Hohe Frequenzen, wie gesagt, nahe der Cochlea-Schleife, nahe der Cochlea und niedrige Frequenzen nahe des Helikotremers. Zusätzlich ist es wichtig, dass das menschliche Ohr verschiedene Frequenzen umfassen kann und verschiedene Frequenzen wahrnehmen kann. Natürlich ist es so, dass bei der Altersschwerhörigkeit ja insbesondere die Wahrnehmung von höherfrequenten Tönen dann entsprechend abnimmt. Aber grundsätzlich ist es so, dass das menschliche Ohr Frequenzen von 20.000 bis 20.000 Hertz wahrnehmen kann. Eine ganz typische Frage, die auch in vielen Klausuren immer wieder abgefragt wird. Das heißt, das ist sicherlich ein Umfang, den man sich bei der Physiologie des Ohrs tatsächlich merken sollte. Teilweise ist es tatsächlich auch, dass man davon spricht, dass 16.000 bis 16.000 Hertz diese Wahrnehmungsschwelle ist. Aber diesen Umfang, diese grobe Größenordnung sollte euch bewusst sein, wenn ihr euch mit der Physiologie des Ohrs beschäftigt. Und dabei ist es grundsätzlich so, dass wir ja festgestellt haben, dass das Außenohr und das Mittelohr hier physiologisch zusammenarbeiten und diese Schallwellen zum Innenohr übertragen, sodass, wenn sie eine Pathologie aufweisen, eine Übertragung oder ein Leitungshypercuses entsprechend vorliegt. Zusätzlich zu der Leitung wird dieser Schallreiz natürlich nochmal verstärkt, eben auch durch das Außenohr und entsprechend den äußeren Gehörgang. Deswegen findet hier entsprechend eine Weiterleitung statt, aber auch das Mittelohr hat natürlich eine Bedeutung in der zentralen Verstärkung dieser Physiologie des Ohrs. Hohe Frequenzen vibrieren dabei nahe der Cochlea und niedrige Frequenzen vibrieren nahe des Helikotremers. Das menschliche Ohr kann dabei Frequenzen von 20.000 bis 20.000 Hertz wahrnehmen. Das ist natürlich ein Wert, der in der idealen Umgebung dann entsprechend der Realität entspricht. Das ist natürlich so, dass es einerseits mit dem Alter abnimmt, andererseits aber auch mit verschiedenen Umständen natürlich zusammenhängen kann, wenn diese Werte nicht erreicht werden. Das Video, was ihr euch jetzt hier angeguckt habt, ist jetzt leider vorbei. Allerdings haben wir noch ein weiteres Video, was euch sicherlich auch interessiert, denn es geht genau um dasselbe Thema und verstärkt da nochmal euer Wissen. Also bleibt jetzt dran und los geht's. Gucken wir uns nun den Presbyakusis oder den Hörverlust an, was das entsprechend für Krankheiten sind. Wie diese zustande kommen, wollen wir euch jetzt einmal erläutern. Der Presbyakusis ist dabei die häufigste Cochlea-Erkrankung, betrifft ca. 25% der Menschen über 60 Jahre. Das heißt, hier haben wir tatsächlich eine enorme Spannweite von Menschen, die tatsächlich betroffen sind. Ihr seht schon ein Phänomen, das eben überwiegend im Alter auftritt. Es wird normalerweise durch eine Schädigung des Cortiorgans mit Verlust von Haarzellen verursacht, insbesondere dann eben in der basalen Cochlea-Schleife. Dabei ist es letztendlich so, dass wir eben diesen Verlust von Haarzellen haben, der damit ein wichtiger Teil dieser häufigen Cochlea-Erkrankung bildet. Er verursacht dabei eine symmetrische, bilaterale, perzeptiven, hypoakusisch-progressiven Charakters und es kann zu einem akuten Tinnitus kommen. Also auch weitere Folgen, die hier eben mit diesem Presbyakusis verbunden sind. Es gibt eine positive Rekrutierung und eine schlechte Verständlichkeit, hauptsächlich in lauten Umgebungen. Die Person mit Presbyakusis klagt normalerweise eher darüber, nicht zu verstehen, als nicht zu hören. Also das heißt, hier ist es tatsächlich so, dass wir diese Altersschwerhörigkeit, wenn wir sie so bezeichnen wollen, tatsächlich ganz typisch bei älteren Menschen wahrnehmen können. Insbesondere, weil die Person eben sagt, ich kann typischerweise entsprechend Dinge nicht verstehen, anstatt sie nichts hören, weil eben ein bestimmtes Signal eben noch wahrgenommen werden kann. Aber es eben um die höherfrequenten Tone geht, die hier eben nicht wahrgenommen werden können. Und bei akuten Frequenzen über 2000 Hertz setzt das bereits ein. Das heißt, hier haben wir bereits schon schlimmeren, verschiedene Darstellungen, die dann bereits abnehmen. Und wenn es bei Gesprächsfrequenzen zu einem Verlust von mehr als 30 Dezibel kommt, hat das dann entsprechend natürlich auch soziale Auswirkungen. Also das heißt, wir müssen uns auch immer bewusst machen, dass es natürlich einerseits diese medizinische Komponente gibt, wo wir das ganz klar einordnen können, diesen Presbyakusis. Aber andererseits, wir müssen uns auch ganz klar machen, dass es immer eine soziale Komponente gibt, weil eben bestimmte Gespräche nicht mehr verfolgt werden können. Unter anderem eben, weil diese Gesprächsfrequenzen zu hoch sind. Darüber hinaus gibt es einen plötzlichen einseitigen Hörverlust, der typischerweise in weniger als 72 Stunden auftritt. Also intensiv auftritt ein Abfall von mehr als 30 Dezibel in drei aufeinanderfolgenden Frequenzen. Dann typischerweise in 70% der Fällen auch begleitet von Tinnitus oder entsprechend Gleichgewichtsstörungen, wobei wir da nur 40% haben, die aber natürlich auch ein wichtiges Symptom dieses plötzlichen einseitigen Hörverlustes sind. Die ist in der Regel idiopathisch, obwohl in einigen Fällen eine spezifische Arteologie nachgewiesen werden kann. Also, dass typischerweise Akustik, Neuronomen oder ototoxische Medikamente damit zusammenhängen. Syphilis, neurologische Erkrankungen wie Multiple Strierose oder die Autoimmunerkrankungen wie beispielsweise Systemat, Systemischer Lupus, Erythematodes, eine Polyadrialitis, Notosa und ein Kogan-Syndrom. Also verschiedene autoimmune Krankheiten, die hier entsprechend ein Problem auch dann auslösen für diesen Hörverlust. Darüber hinaus ist es so, dass es weitere Hörverluste gibt, nämlich eine kochleovestibuläre Dysfunktion, die dann bei Fortschreiten und bilateralen sensorneuronalen Hörverlust vermutet werden sollte. Ungeklärt entsprechend, ob das entsprechend verbunden ist mit Tinnitus und Schwindel, die dann auch Corticosteride ansprechen und sich verbessern. Und manchmal verbunden dann entsprechend auch mit immunologischen Krankheiten, beispielsweise dem Rheumathioten Arthritis, Thyroiditis oder eben der SLE. Das hatten wir ja gerade schon angesprochen. Der Prototyp ist dabei das Kogan-Syndrom, das eine kochleovestibuläre Dysfunktion mit einer interstinellen Keratitis in Verbindung bringt. Also ihr seht ganz verschiedene Folgen, die eben hier für den Hörverlust relevant sein können und eben ganz verschiedene Probleme, die damit verbunden sind. Und hiermit fassen wir euch das Wichtigste rund um die zwei zentralen Themen an, die wir nochmal rund um die Verletzungen oder eben auch die Folgen eines Hörverlustes dargestellt haben. Einmal der Presbyacusis, das als häufigste Cochlea-Krankheit bekannt ist, betrifft circa ein Viertel der Menschen über 60 Jahre, also eine typische Altersschwerhörigkeit. Das wird normalerweise durch eine Schädigung des Corticorgans mit Verlust von Haarzellen verursacht, insbesondere in der basalen Cochlea-Schleife. Dabei ist ganz wichtig, dass grundsätzlich Patienten nicht darüber klagen, dass sie gar nichts hören, sondern eben, dass sie erstmal weniger verstehen. Außerdem gibt es den plötzlichen einseitigen Hörverlust, der in weniger als 72 Stunden auftritt, intensiv ein Abfall von mehr als 30 Dezibel in drei aufeinanderfolgenden Frequenzen. Dabei wird es häufig begleitet von Tinnitus oder eben auch Gleichgewichtsschirrung. Also ganz verschiedene Symptome, die hier beim Hörverlust mit einherkommen. Und damit soll es auch schon wieder gewesen sein von diesem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir konnten euch ein wenig helfen. Falls es ihm so ist, lasst ein Abo da und Abo, lasst natürlich auch gerne ein Like da. Ansonsten würden wir uns riesig freuen, wenn ihr nochmal alles auscheckt. Texte, Zusammenfassungen und Karteikarten gibt es für euch jetzt in dem Kurs, den wir für euch veröffentlicht haben. Das Ohr mit verschiedenen Texten und Lernkarten eben jetzt in der Videobeschreibung verlinkt. 20% bekommt ihr dort mit dem Code WELCOME. Und ansonsten würden wir uns riesig freuen, wenn wir uns bald wiederhören. Und dann haut rein und ciao. Vielen Dank. Schwerst, Mann, bitte. Schwerst, Mann, bitte. Schwerst, Mann, bitte. Sollte, Mann, bitte. Vielen Dank.